Und hier ist Jeanne Beaubarnier, der Engel. Ein Engel, der vom Himmel fiel. Ich hab auf dich gewartet. Ich liebe dich. Das ist keine Liebe. Ich denke, es ist an der Zeit, dein Leben zu ändern. Inwiefern? Comte d'Ivary will dich dem König vorstellen. Comtex Germe d'Ivary. Vor allem sollten sie direkten Augenkontakt mit dem König vermeiden. Das würde der Hof als Einladung verstehen. Einladung zu was? Zu Frivolität. Vater, eure Verirrungen machen uns zum Gespät von Versailles. Der Premierminister wird nicht dulden, dass ein Straßenmädchen zu eurer Entourage gehört. Diese junge Frau ist meine Entourage. Ich liebe dich. Wir alle zählen auf euch, dass ihr dieses widerwärtige Weib vom Königshof verjagt. Hat der König weitere Maitressen? Jetzt lernen sie die dunkle Seite. Seine Majestät. Sie sind in Gefahr, Madame. Untertitelung des ZDF für funk, 2017